Mein Name ist Dörte Wahl und ich leite das Familienzentrum in Kassel-Roten-Dittmold. In unserem Haus treffen alle Generationen, jung und alt, alle verschiedenen Schichten und Kulturen aufeinander. Unser Ziel ist es, Menschen und Familien zu unterstützen, auch wenn es zu Hause mal schwierig wird. Und jetzt wünschen wir allen Mitspielern, die ein Megalos haben, viel Glück. 10 Euro gewinnen die Megalose mit den Endziffern 5, 6, 1000 Euro fallen auf die 1437, 10.000 Euro auf die 21847, 100.000 Euro auf die 678, 208 und den Höchstgewinn von einer Million Euro im ersten Rang gewinnen die Megalose mit den Endziffern 0027194. Ein Los der Fernsehlotterie ist eine tolle Geschenkidee. Spielen Sie mit und helfen Sie Ihren Mitmenschen.